Die Maße sind 45 x 70 cm für die Lesende von 1911. Dafür kann ich hier beginnen bei 230.000 Euro. 230.000 und 250.000 sind hier geboten. 250.000. Vielen Dank. 250.000. Jemand mehr als die 250.000. 280.000 sind hier geboten. 280.000. Jemand mehr als die 280.000. 280.000 sind hier geboten. Und 300.000. 300.000. Weil Frau Dr. Wichers. 330.000. Bitte? Oh. 320.000. Ja, einverstanden. 320.000. 320.000. Jemand mehr als 320.000. 340.000 bei Frau Dr. Wichers zuerst. Tut mir leid, Frau Rau. 340.000. 340.000. Und 360.000 bei Frau Rau. Vielen Dank. 360.000. 360.000. Jemand mehr als die? 380.000. 380.000. Und 400.000. Vielen Dank. 400.000 sind hier geboten. Bei Frau Rau am Telefon bei 400.000 Euro. Darf ich 30 sagen? 430.000. Und 430.000. Bei Frau Dr. Wichers. 430.000. Oh, da geht schon der Champagner auf. Ich glaube, es ist Cremon. 430.000. Wo waren 430? 430.000. Und 450? Nein. Aber ich biete 450 an. Das sind 5%. So. Ist das in Ordnung? 450? 450.000. 450.000. Vielen Dank. 450.000 sind hier geboten. Jemand mehr als 450.000? 450.000. 450.000? 450.000. Bei Frau Rau. Niemand mehr als 450.000 Euro. Zum 2.000. Und 450.000? Zum Niemand mehr als 450.000? Zum Niemand mehr als 3.000.